Wacken, Wacken, Feuerwehr! Wacken, 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 Wacken! Eine Riesenstimmung auf dem Festivalgelände, tausendfach schalt der Ruf nach den Wacken Firefighters über das Gelände des Wacken Open Air. Traditionell wird das Wacken Open Air durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken eröffnet, einer umjubelnden Blaskapelle mit Kultstatus und inzwischen einer riesigen Fangemeinde auf der ganzen Welt. Unter den ausgelassenen Fans war am Mittwochabend auch Schauspielerin Sabine Kark. Also hallo und moin moin aus Wacken! Und hallo Jungs! Wacken! Es ist kurz vor der Biergarten-Eröffnung und zwar sind hier die Firefighters. Moin! Und ich freue mich riesig hier wieder dabei zu sein und ich hoffe ich sehe alle Leute an meinem Wacken-Kaffee-Stand. Und Sabine Kark Spezial Hot Beans und wir schlürfen mal eine Tasse gemeinsam. Es ist eine super Atmosphäre, die Stimmung ist wahnsinnig und ich bin völlig durchgeschwitzt. Klasse! Wacken! Super! Wacken! Rund 75.000 Heavy-Metal-Fans werden die kommenden Tage in Wacken feiern. Das Wacken Open Air gibt es seit 1990. Das Festival ist das größte Heavy-Metal-Ereignis auf der ganzen Welt. Das ist ein kleiner Jahr in Wacken-Kaffee-Stand. Das ist ein kleiner Jahr in Wacken-Karne. Man weiß es nicht, dass es nicht so gut ist, dass es eine gute Angelegenheit ist. Wacken Open Air gibt es also ein kleiner Mal. Ich sage, dass wir hier nicht, dass es sich besser macht. Wir sind immerissa und heute früh zuraum, ein kleiner Jahr in Wacken. Man weiß ich nicht, dass du einfach mal vergütetest. Vielen Dank. Vielen Dank.